Manche Stars können auf ihren Social Media Kanälen posten, was sie wollen und ziehen dennoch einen Shitstorm auf sich. So erging es jetzt wieder Till Schweiger. Ein eher zufälliges Zusammentreffen wurde zum Facebook-Hass-Shitstorm. Während seines Familienurlaubs in Malibu traf der 53-jährige Schweiger beim Frühstück auf Filmlegende und Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger. Als Schweiger das Treffen bildlich festhält und später auf Facebook postet, liest man wenig später Kommentare wie Wie viel hast du Arnold Schwarzenegger bezahlt? Jetzt wird er auch noch größenwahnsinnig. Völliger Realitätsverlust. Oder auch Wie viel hast du Arnold Schwarzenegger bezahlt, dass er sich mit dir fotografieren lässt? Oder ist es eine Fotomontage? Trotz der negativen Kommentare erntet Schweiger mit diesem Foto über 11.000 Likes. Auf Wiedersehen!